Grüß Gott und herzlich willkommen in Nordirland in Belfast zum EM-Qualifikationsspiel der U21-Mannschaften von Nordirland und Deutschland. Es geht um die Qualifikation zur Europameisterschaft 2011 in Dänemark. Und wir haben hier in Belfast das typisch britische oder nordirische Wetter, schmuddelig, kalt, regnerisch. Auch in den letzten Tagen hat es viel geregnet und die Mannschaften stehen bereit für eine Gedenkminute zu Ehren von Robert Enke. Rainer Atrion hat gesagt, wir müssen jetzt den Schalter umlegen. Am Mittwoch gab es kein Training, auch der Theorieunterricht ist ausgefallen. Und jetzt müssen wir hier diese Partie bestreiten.